Wenn ich in Berlin bin, quatschen die Leute mir voll, warum ich Lederhosen anhabe. Lederhosen sind als Berliner. Ich bin nur ich, oder? Da kann ich doch machen, was ich will. Das ist ja nicht nur unten in Bayern damit die Lederhosen. Ich kann auch Berliner anziehen. Selbst wenn ich in Neuseeland bin, heik meine Lederhosen an. Ja, richtig geile Scheiße. Richtig geil. Du brauchst ja nicht auf Stop drücken oder sonst was. Ich hab noch viel mehr zu sappeln. Auch wenn das 45 Sekunden sind, aber ist egal. Wenn das, was mir auf den Sack geht, das sind die Kackpratzen, die in Berlin richtig Kohle haben und meine Arbeiterbezirke versauen und überteuern. Alter, das geht mir so auf die Eier. Kannst ja nicht vorstellen. So, jetzt kannst du von mir aus schneiden, wenn du willst.